Das ist ja kompletter Unsinn. Tut mir leid. Wie kann man denn auf so einen Gedanken kommen? Die waren doch vorher nicht egal. Vorher war es doch egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Wäre das irgendwie... Nein, das ist überhaupt nicht. Und das ist auch heute noch nicht egal. Meine Frau ist Erzieherin und wir haben uns letztens erst wieder darüber erhalten. Meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt 16 Monate alt und die spielt mit Duplo-Bausteinen und die mit Autos und das blaue Auto da ist von ihr und so weiter und so fort. Aber wir wissen jetzt schon... Guck mal, er spielt schon wieder. Ja, Dara hat es geklaut. Einfach geklaut von ihm. Aber sie... Wir wissen jetzt schon, also meine Frau ist Erzieherin, ich bin Pädagoge, ich bin Lehrer, wir wissen jetzt schon, wenn sie in die Kita kommt, dann wird da die Prägung losgehen. Dann geht es nämlich darum, dass die Mädchen, die spielen dann doch tendenziell mit Puppen, die finden Anna-Elsa cool, die finden Frozen ganz nice und wenn die Jungs Bob der Baumeister... Die anderen Mädchen oder die Erzieher? Also wer ist da schuld dran? Also die anderen Jungs, die spielen dann so mit Ninjago und so und die Mädchen mit... Das ist halt das, was man, wenn man im Kindergarten unterwegs ist, so sieht. Und daran ist... Wer ist daran schuld? Ja, schuld ist natürlich, dass wir gesellschaftlich immer noch ganz stark prägen und den Kindern erzählen, was sie zu tun haben. So, Juna zum Beispiel, die kann... Die kann alles machen, die hat Puppen, die hat einen Puppenwagen, die hat Bauklötze, die hat Autos, die hat Bagger und die kann spielen, womit die Bock hat. Die spielt halt die ganze Zeit mit den männlich konnotierten Sachen, könnte aber theoretisch auch mit den weiblichen Dingen spielen, macht sie aber nicht. Und dann ist das auch cool so. Aber das ist ja nicht die Norm in der Gesellschaft. Und das haben nicht trans Menschen zu verantworten, sondern das ist einfach, weil wir eine Gesellschaft sind, die stark durchzogen ist von konservativen Muff und christlichen Werten und Erwartungshaltungen an Jungs und Mädchen. Und das ist nicht durch trans Menschen gekommen, sondern das ist durch Jahrzehnte CDU und christliche Prägungen... Ich werfe den trans Leuten das ja auch nicht vor. Ja, aber das hast du ja gegeben, so impliziert. Das ist ja Bilder und sind. Ja, das hast du da rein interpretiert. Ich werfe das eher der Industrie vor. Ich habe dich doch sogar gefragt, dass du gesagt hast, ja, das wird mehr deswegen, weil die das, weil jetzt trans Menschen, eine trans Frau dann auch... Wobei das ja noch nicht mal stimmt. Es gibt auch trans... Nee, 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 nee. Ich meine nicht die trans Leute, die sind eher ein Symptom davon. Ich meine eher diesen Zeitgeist, der das wieder mehr in den Vordergrund rückt, wie man sich mit einer bestimmten Hautfarbe oder Geschlecht zu verhalten hat und wer in welche Schublade passt. Dadurch habe ich das Gefühl, dass diese Identitätspolitik die Leute wieder mehr spaltet und sie mehr daraus... Aber das machen doch Rechte. Ja, aber Linke machen das leider inzwischen teilweise auch und das ist ja das Problem, was ich daran habe. Ja, an dieser linken Identitätspolitik, die man jetzt teilweise auch Wokeness nennt. Früher haben wir das Rechte gemacht, deswegen hat es mich ja auch am Anfang so gestört. Was meinst du, meinst du sowas wie Safe Spaces, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben hier eine Ausstellung über Kolonialismus, und dann machen wir einfach donnerstags von zwei bis vier dürfen nur POCs da rein und keine Weißen und sich das angucken. Meinst du sowas oder was? Das ist ein Teil davon, was ich für eine eigentlich eher ungute Entwicklung halte. Aber warum? Da ist es doch einfach nur, dass man sagt, okay, wir akzeptieren die Marginalisierung und sagen, ja komm, dann gibt es halt jetzt einfach eine Uhrzeit, wo dann einfach nur Betroffene sich das angucken. Wer sortiert das? Also da steht dann ein Förtner und der guckt dann jemandem ins Gesicht und wenn er dann sagt, ich bin betroffen, dann sagt er, du bist nur halb dunkel, du zählst nicht. Nein, in der Realität ist es ja einfach... Wie funktioniert das in der Realität? Ja, in der Realität, ich kann nicht dir sagen, ich kann nicht dir sagen, in der Realität... Wer ist denn da betroffen genug von? In der Realität gibt es niemanden am Eingang, der jetzt einen Weißen erschießt, wenn er da reingehen will. Ich kenne da nicht von erschießen, aber der sagt sie du heute nicht. Also wenn wir da hingehen, wir dürften da nicht reingehen. Nein, pass auf. In der Realität. Dürften wir da reingehen? Ja, dürften wir. Würde wahrscheinlich auch... Jetzt ist es nur für Schwarze, dürften wir reingehen. Also ich war mal in so einer Ausstellung und dann gibt es dann Zeiten, wo dann da steht, bitte nur POC zu diesen Zeiten und wenn dann aber eine weiße Person da reingeht, dann macht da auch keiner einen Aufhebenstrom. Es ist halt einfach nur... Das Schild auch wegnehmen, oder? Nein, das ist... Also egal, wie man es macht, es ist immer falsch dann aus deiner Sicht, oder was? Wenn man es jetzt... Ich finde die Idee schon dumm. Wieso? Es geht ja einfach darum, zu sagen, okay, ihr seid diejenigen, die davon, von dieser Kolonialgeschichte und eure Vorfahren und so weiter und die immer noch dadurch damit zu kämpfen haben, dass ihr halt einfach sozioökonomisch schlechter gestellt seid und so weiter im Schnitt und dann machen wir einfach eine Uhrzeit. Ja, und dann machen wir einfach eine Uhrzeit. Welcher schwarzer dürfte reingehen, ein armer, weißer nicht. Ja, das sind dann so diese Einzelfälle, die du dir dann rauspickst, um da irgendwie, was einen Punkt gegen zu machen, das ist ja albern. So, wenn... Ja, man sortiert ja Leute wieder aufgrund von etwas, aufgrund von... Nein, man sortiert überhaupt... Man sortiert überhaupt nichts, sondern man sagt einfach, ich erkenne an, dass ihr diese Ausgrenzung erlebt, dass ihr diese Maginisierung teilt und wir machen einfach eine Uhrzeit, wo wir sagen, da gehen jetzt nur Betroffene rein und gucken sich das an. Ja, man kann halt unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Es hat doch einfach nur was mit Awareness zu tun, dass man ein bisschen nett zu den Menschen ist. Ja, aber du kannst halt aus der Rassismusgeschichte ziehen, dass du sagst, die Schwarzen standen unter den Weißen, das ist schlecht, das machen wir jetzt nicht nochmal, aber man kann auch den Schluss daraus ziehen, dass gar kein Mensch aufgrund von Hautfarbe irgendwelche unterschiedlichen Rechte kriegen sollte, wie das beispielsweise ein Martin Luther King in seiner I Have a Dream-Rede gesagt hat. Ja, das ist ja auch das Ziel und das ist ja auch das Ziel von Leuten, die solche Dinge machen. Und sowas ist dann nicht wieder ein Rückschritt. Nein, das ist kein Rückschritt, weil es einfach nur eine Anerkennung der Realität ist, dass wir an diesem Ziel noch nicht angekommen sind. Wenn wir an dem Ziel angekommen wären, dann bräuchte ich auch diese Fahne da hinten nicht mehr. Die brauche ich ja nur und Pride Flag gibt es ja nur. Du brauchst sie auch jetzt nicht, aber okay, das ist deine Sache. Doch, die Pride Flag braucht man deswegen, weil wir noch nicht da sind. Wir sind noch nicht da, dass alle Menschen die gleichen Rechte bekommen und die gleichen Chancen und die gleiche Akzeptanz in der Gesellschaft. Und solange wir da noch nicht sind, brauchen wir Sichtbarmachung, brauchen Symbole, brauchen, müssen irgendwie das nach vorne bringen und sagen, ey, pass mal auf, wir sind da noch nicht und wir müssen dafür kämpfen, da hinzukommen. Und du stehst aber auf der Seite, dass du das dann die ganze Zeit torpedierst. Und da verstehe ich nicht, warum. Weil du als Linker, du hast ja eigentlich linke Überzeugungen, das merke ich ja auch, wenn ich da dein VOD gucke, wenn du dann über arme Menschen redest und über Obdachlose und so weiter, das ist ja super Bass. Und wenn du dann, wieso kämpfst du denn dann nicht gegen die Leute, gegen die Rechten, wie gesagt, wenn ich mir dein YouTube-Content angucke, ist fast sieben von zehn Videos gegen die Linke und so. Wieso gehst du, und die anderen sind so beliebige Sachen. Du gehst so gut wie nie gegen Rechte, also gegen diejenigen, die eigentlich wirklich diese Gesellschaft in Brand setzen wollen und so weiter. Du suchst dir immer Leute raus und machst dich über die lustig, weil es einfache Ziele sind und weil man dafür easy Cack Ws bekommt und Applaus bekommt und man nichts befürchten muss. Gut, also hauptsächlich gucken wir ja im Stream, ja, was so im Mainstream passiert, was halt bei bei irgendwelchen Funk-Kanälen passiert, das gucken wir öfter mal oder sonst noch sowas. Das ist doch nicht Mainstream. Markus Lanz ist Mainstream. Ja, aber für alte Leute. Ja, wir gucken halt sowas oft oder ich kriege auch immer was mit, was bei anderen Streamern passiert ist. Oft sind das ja auch welche, die über mich reden. Also bei dir zum Beispiel, dich habe ich ja dadurch kennengelernt, dass du ein Video von Sina und mir geguckt hast, sonst wüsste ich ja gar nicht, wer du bist. Oft ist das ja, ich kriege das ja regelmäßig zugeschickt. Heute war das auch wieder oder gestern war das jemand. Du hast, glaube ich, gestern, glaube ich, angekündigt, dass wir hier reden und dann wurde mir auch geschickt, guck mal, hier ist ein Video, der redet über dich und sowas. Das kriege ich halt öfter mit. Habe ich irgendwann auch gedacht, nachdem ich öfter von den Seiten angegriffen wurde, will ich mir das weniger gefallen lassen und sage, wenn die öffentlich über mich reden, dann antworte ich auch öffentlich und das scheint ja auch bei einigen Zuschauern ganz gut anzukommen, aber also bei Rechten finde ich ja wenig statt in der Form. Also ich glaube, ich wurde in diesem Honigwabe-Podcast wurde ich, glaube ich, zweimal eingeblendet, aber ja, keine Ahnung. Wieso sollst du auch bei denen stattfinden, wenn du dich überhaupt nicht mit denen anlegst? Also wenn du gar nichts gegen die machst? Wieso sollst du bei denen stattfinden? Du bist ja kein Problem für die. Ich kam jetzt nicht besonders gut bei denen weg. Also ich glaube, zwei oder drei Videos von mir wurden da geguckt. Das letzte habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt, weil ja. Wie stehst du eigentlich so zur Abschiebung, würde mich mal interessieren. Also Erwin, wie gesagt. Das ist ein krasser Themenwechsel. Ja, so, aber so gerade würde mich einfach mal, weil Erwin sagt ja, wir müssen abschieben. Wie stehst du so dazu? Ja, ich finde es nicht gut. Aber ich bin da nicht so tief im Thema drin. Also was erwartest du von mir, dass ich mich damit irgendwie auskenne oder wie ich mich dazu zu äußern habe? Naja, was heißt damit auskennen, sondern das ist einfach, man sagt, okay, wir müssen Menschen abschieben. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Es gibt Leute, die sagen, kriminelle raus oder alle raus oder weiß nicht was. Und da wirst du ja eine Meinung zu haben. Ja, also ich sehe dieses Thema gar nicht so prägnant irgendwie in meinem Umfeld oder so. Deswegen, ich beschäftige mich manchmal zum Teil damit. Aber, ja, also ich weiß nicht genau, ich bin in diesen ganzen Justizsachen, in diesen ganzen Polizeisachen nicht wirklich drin. Ich weiß nicht genau, wie da aktuell die Regelungen sind, wer davon bedroht ist und wer nicht. Also wenn Leute, wenn Leute sich, ja, weiß ich nicht, was soll man sagen? Ja, zum Beispiel, zum Beispiel sagen, ich bin gegen Abschiebung, könnte man sagen, ganz generell. Ja, bin ich. Gut. Dann ist es schwer. Ich bin ja nicht, ich weiß ja nicht mal genau, was du jetzt exakt gemeint hast. Also, ich kenne mich mit diesen ganzen Rechtssachen nicht so aus. Ich weiß halt nicht, man hat, glaube ich, man hat, glaube ich, im Grundgesetz stehen, niemand darf aufgrund von Herkunft benachteiligt werden. Daraus könnte man ja dann schließen, dass, wenn du eine Straftat begehst, kriegst du die gleiche Strafe, die Deutsche auch bekommen. Richtest du immer alles nur nach Gesetzen aus, was du positionierst, oder hast du auch eigene Meinung? Nee, ich finde es nicht gut. Natürlich, es gibt halt Asylrecht und man kann jetzt niemanden einfach so abschieben und wenn einer eine Straftat begangen hat, ja, dann kriegt der ein Gerichtsverfahren und irgendwie dann Sozialstunden, Knast oder was man halt mit dem Deutschen auch macht. Ja. Ja. Weil warum sollte das besser sein, wenn man einen Straftäter abschiebt und der dann in einem anderen Land dann weiter Straftaten begehen kann? Warum sollte man die nicht hier in unserem Justizsystem behandeln? Aber ich bin da, wie gesagt, ich bin da gar nicht so im Thema drin. Ich überlasse das Thema halt lieber Leuten, die sich damit irgendwie viel beschäftigen. Ja, ich merke, das traust du dich nicht so richtig, und das sind halt so die Punkte, wo man, wenn man da reingeht und sich positioniert, dann bekommt man eben Probleme mit Rechten. Und das ist... Ja, wie, ich trau mir das nicht, wenn ich mich damit nicht auskenne, weiß ich halt nicht, was ich dazu... Ja, weil du immer nur gegen Linke gehst. Das ist ja der Punkt. Ich bleibe bei den Feldern, mit denen ich mich ein bisschen auskenne, wo ich auch was zu sagen kann. Ja, aber also, das ist... Du fasst diese ganzen Dinge, die so in diesem Kulturkampf stattfinden, die so rechte Talking Points sind und so rechte Kernpositionierung und Abschiebung ist ja die rechte Kernpositionierung, die fasst du gar nicht an. So, da gehst du gar nicht dran. So, du gehst stattdessen immer gegen so leichte Ziele. Ja, ich bleibe bei den Themen, wo ich mich auskenne. Ich bin bei Abschiebung überhaupt nicht im Thema drin. Also, du kennst dich ja offensichtlich auch gar nicht so richtig damit aus. Wir haben ja eben... Ich hab ja eben dir versucht zu erklären, dass das nicht so eindeutig ist mit den zwei Geschlechtern und das sozial konstruiertes Geschlecht geht und du sagst, so richtig gut kennst du dich damit ja gar nicht aus. Also, du gehst aber immer nur da rein, immer nur in dieses Thema rein und versuchst Menschen, die für Antidiskriminierung kämpfen und die in der Gesellschaft mehr sichtbar gemacht werden wollen und die einfach nur... Aber sie sind ja schon sichtbar. Nein! Nein, 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 nein. Man versucht sie unsichtbar zu machen. Das ist eine ganz klare rechte Strategie. Guck dir mal an, was für Gesetze in den USA in den letzten Monaten und zwei Jahren... Ja, USA ist immer ein anderes Thema. USA ist so viel ganz anders als hier. Wir machen da Copypasta. Immer mit ein paar Jahren versetzt. Wir machen uns schon zu sehr an den USA, das sehe ich auch so. Aber ganz sind wir halt nicht die USA, weil das halt gesetzlich auch gar nicht ginge teilweise. Ich kann dir übrigens auch die Frage, die ich dir eben gestellt habe, kann ich auch mal kurz auflösen. Die Anzahl an Markus Lanz Sendungen, wo es um Transrechte ging, ist null. Gibt es nicht. Keine einzige. Keine einzige. Nicht mal Self-ID und so, da wurde gar nicht drüber gesprochen. Hacking gar nichts. Es juckt niemanden im Mainstream. Wie stehst du dazu? Self-ID und sowas? Du meinst Selbstbestimmungsgesetz oder was? Ja. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Ist genau so richtig, wie es gemacht wurde? Nee, also man hätte das deutlich, man hätte das noch deutlich progressiver gestalten können. Wie denn? Also zum Beispiel, dass man nicht da irgendwie so Sachen reinschreibt, wie dass irgendwie man Transmenschen immer noch Hausverbot geben kann oder so. Was ja, also klar, also natürlich kann man... Ja, das ist doch klar, das ist doch klar, das ist der Typ nicht. Nee, nee, nee. Und dann kriegt er halt keine Anzeige dafür, der Saunabetreiber, weil der Bijan rausgeschmissen hat. Du hast ja immer das Hausrecht. Also das ist ja, das ist ja einfach etwas zu benennen, was es so ohnehin gibt. Warum? Ja. Weil es ja dieses Framing bedient. Ja, die wollen alles... Also du meinst, man hätte das Hausrecht, hätte man beibehalten, aber nicht reinschreiben sollen oder wie? Ja, es gibt es ja sowieso. Und wenn man es reinschreibt, dann macht es ja, dann unterstützt es ja einfach nur dieses Framing. Ah, es gibt jetzt super viele Transfrauen, die eigentlich nur in Frauensaunen gehen wollen, um da Frauen zu belästigen, um da Cis-Frauen zu belästigen, was ja kompletter Unsinn ist. Also ich höre tatsächlich diese Sorgen nur von Frauen. Ich bin da gar nicht so sehr im Thema drin. In meinem Umfeld sind es wirklich nur Frauen, die vor sowas Schiss haben. Und ich finde es auch ein bisschen überheblich, das einfach irgendwie so abzubügeln und denen zu sagen, dass die keine Ahnung haben und dass man deren Sorgen nicht ernst nimmt. Ja, es gibt auch Frauen, die sich hinstellen und sagen, wir müssen jetzt Männer, Männer müssen jetzt in die Frauensaunen reingehen, um uns Frauen zu beschützen vor den Transfrauen. Wer sagt das? Turfs zum Beispiel. Einige. Gibt es die, die positionieren sich so? Sind Turfs für dich eigentlich links oder rechts? Das kann ich so allgemein nicht sagen. Das müsste man so im Einzelfall angucken. Auf jeden Fall sind sie menschenfeindlich, wenn sie sich hinstellen und sagen, Transfrauen sind keine Frauen. Okay. Okay. Aber wer bestimmt denn, was ein Menschenfeind ist? So, wenn du jemandem die Existenz abschließt, du sagst einfach, wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, so Imp ist kein Mann, der ist so, wenn ich jetzt einfach all das, was dich ausmacht und so weiter sage, das gibt es gar nicht, das existiert gar nicht, weil das jetzt gar nicht so vergleichbar ist, weil du ja gar nicht, du bist ja halt einfach nicht in so einer Gruppe drin, aber dann bin ich natürlich Mensch, weil ich einfach sage, so wie du bist, das gibt es nicht. Das ist etwas, was nicht existiert, das bildest du dir nur ein, weil du krank bist. Das ist natürlich das menschenfeindlich. Da spricht es direkt die Existenz ab. Ja, wenn ich sage, du bist gar kein Mann, du glaubst nur, dass du ein Mann bist, weil du krank bist, dann spreche ich dir doch ab, dass du als Imp, als Mann existierst. Aber wenn so Leute wie Erwin oder ich sagen, dass wir links sind und in deiner Bubble das negiert wird, können wir das dann auch sagen, dass du uns die Existenz absprichst? Also jetzt nicht du, aber Leute aus deinem Chat oder Leute, mit denen du gestreamst zusammen hast? Also das eine ist eine politische Überzeugung und das andere ist einfach, wie man als Mensch, so und ich mache das ja nicht so. Also ich sage ja, so auf jeden Fall wird dir dann, die wird dir dann abgesprochen, dass du ein Linker bist, ja. Aber vielleicht ist das für mich wahnsinnig wichtig, dass ich ein Linker bin. Ja, das kann ja sein, aber das ist ja auch nicht in Ordnung. Das mache ich ja auch nicht. Also wem wirft du das jetzt vor? Ich habe erst letztens jemanden in meinem Chat angeschrieben, der gesagt hat, Karl zum Beispiel. Nö, Karl hat das auch nicht. Wie habe ich das nicht direkt vorgegeben? Also ich habe Clips gesehen, was Karl über Erwin und über Sinan sagt, das finde ich schon jetzt nicht so geil. Ja, also ich bin, wie gesagt, ich rede auch privat mit Karl und der weiß, also der sagt, dass ihr Linke seid, natürlich seid ihr Linke, aber ihr habt halt echt merkwürdige Ziele. Also über Sinan hat er neulich gesagt, dass der ein Zitat widerlicher Hurensohn sei. Ja, ist ja auch richtig. Ah, okay. Ja, ist ja auch richtig. Also ich weiß auch nicht, Sinan können wir auch gerne drüber reden, warum du mit dem befreundet bist. Können wir machen. Ja, muss ich mich jetzt rechtfertigen für meine Freunde oder wie? Ja, du hast ja aufgebracht, ne, die Kritik an Sinan jetzt. Naja, gut, also ich würde meine Freunde nicht als widerliche Hurensohne bezeichnen, das können ja dann natürlich keine anderen Leute. Aber wie würdest du das denn nennen, wenn der dann einfach so transfeindlichen Unsinn verbreitet? Was hat er denn gemacht? Was war denn der Trend? Ja, der redet ja auch die ganze Zeit davon, dass es so wie du, dass es irgendwie nur zwei Geschlechter gibt und dass es so ganz viele da reingeredet werden und die gar nicht wirklich trans sind und so und das ist auch alles gar nicht wirklich eine Frau und so und das ist alles immer so in dem Framing drin. Und gleichzeitig... Haben wir das so gesagt? Und dann stellt er sich auch hin und macht solche wilden Sachen wie du sagst dann irgendwie vergleicht AfD-Wähler mit Holocaust-Opfern und so. Wo ich mir dann einfach denke... Was hat er das denn gemacht? Ja, das hat er ein YouTube-Video. Kannst du mir das schicken? Daran erinnere ich mich jetzt nicht. Kann ich dir schicken, ja. Also vergleicht einfach AfD-Wähler mit Holocaust-Opfern und macht so den Punkt, wir sollten uns alle mit AfD-Wählern befreunden, weil dann hören die auf, so wütend zu sein im Prinzip. Okay. So, das ist schon ein ziemlicher Hurensohn-Take. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich sehe, wie du meinst. Aber ich hätte eine Idee, wie er das gemeint haben könnte, dadurch, dass ich ihn kenne. Falls er das gesagt haben soll, kann ich mir schon ungefähr denken, wie er das formuliert hat, wie er dabei geguckt hat und was er damit gemeint hat. Er hat das ganz ernst gemeint. Er hat es gesagt, da ging es um den Landkreis, wo der Landrat da gewählt worden ist und da ging es darum, dass gesagt wird, da sollte man touristisch nicht mehr hinfahren, um da Urlaub zu machen. Und dann hat Zinan gesagt, ja, okay, also sollen wir da eine Mauer und einen Zaun drum bauen? Ja, warum nicht? Sollen wir da eine Mauer und einen Zaun drum bauen? Und dann frage ich die, und dann frage ich die, 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 die Wolken, ja, was ist denn dann jetzt eure Endlösung für diese Menschen? Und dann guckt er in die Kamera und sagt, ja, ich sage bewusst Endlösung. So, und dann, ne, also das geht, er vergleicht diese AfD-Wähler in diesem Landkreis, Endlösung war, war, war die Vernichtung der europäischen Juden, das war die Endlösung. Er vergleicht sie mit denen und das auf ganz ernst. Ach, so meinst du das? Ja, so meinst du das. Vielleicht hat er ja, vielleicht hat er ja auch die, die Wokies mit den Tätern verglichen und denen das in den Mund gelegt, dass sie das als eine Endlösung bezeichnen würden oder sehen würden. Ja, was macht das besser? Das heißt ja nicht, dass man die Opfer miteinander vergleicht. Kann auch sein, dass man die Täter miteinander vergleicht. Also, wenn du dich hinstellst und sagst, was ist denn eure Endlösung für die? Und wenn du, und wenn du Leute, wenn du, wenn du Leute, wenn du Leute, die, ähm, die einfach nur, ähm, sagen, man sollte... Ein Vergleich ist ja kein, ein Vergleich ist ja keine Gleichsetzung. Wenn, ich habe ja auch nicht Gleichsetzung gesagt, ich habe ja Vergleich gesagt, muss mir schon zuhören. Ja, und warum darf man Dinge nicht miteinander vergleichen? Wenn die, wenn die, wenn die da, wenn gesagt wird, ähm, man sollte da touristisch vielleicht nicht mehr hinfahren, weil da alles voller Nazis ist und dann so, die, diese Leute, die das sagen, man die vergleicht mit, äh, den Tätern des Nationalsozialismus, dann, das ist ja auch, also, das macht es ja jetzt auch nicht unbedingt besser, oder? Also, äh, wie gesagt, wir reden über eine andere Person, der muss sich wahrscheinlich dazu selber äußern, ähm, wäre vielleicht, du hast ihn in den Spiegel gemacht. geguckt, dann. Ja, und dann hast du gesagt, auf seinem Kanal gibt es irgendein Video und da hat er mal das gesagt. Ich habe einige von seinen Videos geguckt, aber wahrscheinlich nicht alle und, ähm, ich weiß auch nicht jedes Detail, wie er zu genau allen Themen denkt, aber ich habe genug mit ihm geredet, dass ich ihn trotzdem als Freund sehe, auch wenn du ihn nicht magst. Ja, aber wenn Karl ihn dann Hurensohn nennt, dann finde ich das ja vollkommen akzeptabel in dem Moment. Ja, ich finde, wenn er solche, wenn er solche Positionierungen macht oder wenn er sich über eine schwarze Lehrerin lustig macht, weil die, äh, sagt, so, ich möchte nicht Bücher behandeln, wo die N-Bombe ausgeschrieben drin steht. Wo ich mir dann denke, so, ja, warum, was ist denn dein Problem jetzt? Na, ich glaube, das Video kenne ich, da weiß ich, glaube ich, was sein Punkt war und was dein Punkt dazu ist, ja. So, ja, und wenn er in seinen Videos, in seinen Videos dann auch permanent ausgesprochen die N-Bombe droppt, so. Was möchte er denn erreichen? Das ist doch, das ist, das ist doch total, vielleicht musst du mit ihm auch einen Talk machen und ihn selber fragen. Ja, weiß ich nicht, aber so, du hast ihn ja jetzt so reingebracht, ne, dass Karl ihn irgendwie beleidigt hat, aber ich würde da, ich würde, wenn man solche menschenfeindliche Scheiße verbreitet, dann finde ich eine Beleidigung jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Ja, das ist ja deine Interpretation, dass das menschenfeindliche Scheiße verbreitet. Nein, das ist nicht meine Interpretation, das ist das, was er gesagt hat. Er hat, er hat etwas gesagt, was du dann interpretierst. Was gibt es denn da zu interpretieren? Er sagt, wir machen da einen Zaun drum und dann frage ich die. halt einen Witz, also genauso wie wenn ich bei dir sage, dass es witzig ist, wenn du jeden Tag auf deinem Sofa irgendwelche anderen Sachen rumliegen hast und dann hast du das ja auch wahnsinnig ernst genommen, dabei ist das halt nicht so ernst gewesen, wie du das verstanden hast. Nee, ich fand's, ich hab den Witz ja weitergetrieben, ich hab den Witz ja weitergetrieben und den Witz mit einem Holocaust-Witz zu vergleichen, ist ja schon wild, also das muss man ja sagen und ich hab den dann einfach... Das hab ich nicht verglichen, ich hab verglichen, wie du Witze verstehst, dass sie ernst gemeint sind. ich hab den Witz ja weitergetrieben und hab dich dann mit meiner Tante Inge verglichen, die drei Mal am Tag ihre Wohnung putzt und du als Linker so viel Wert auf Ordnung legst, wo ich mir denke, so was ist los mit dir? Nein, das, also wenn's, ich find's halt witzig, wenn du halt so einen Kamera-Ausschnitt hast, ich hab selber auch Videos, wo's im Hintergrund irgendwie rümpelig aussieht, das ist halt nur witzig, wenn man bei jemandem, weißt du, so einen kleinen Spot im Hintergrund hat, wo man was durchsehen kann und sich mit dem dann irgendwie keine Mühe gegeben wird, das fand ich halt lustig, da merkt man halt auch, dass du dich gar nicht so mit Inhalten beschäftigen willst, sondern du willst halt einfach nur, du willst halt einfach nur, das war eine Randbemerkung, das war jetzt nicht, ja, das sieht man ja auch an anderen Dingen, zum Beispiel Mixed Talk, wo ich im Mixed Talk war zur Ampelpolitik, ja, da hast du halt einfach so, oh, Neitan ist im Mixed Talk, ne, der hat, der will über Wirtschaft reden, wieso redet der über Wirtschaft, der hat ja gar keine Ahnung, wir brauchen den Agitator dafür und so weiter, wir brauchen unbedingt den Agitator und dann hast du die ganze Zeit, was nicht zugehört, was ich gesagt habe und dann habe ich einen Punkt gesagt, nämlich, dass die CDU glaubt, dass der deutsche Staat wie eine schwäbische Hausfrau funktioniert und wir deswegen ein Problem mit der Schuldenbremse haben und dann hast du einfach nur diesen einen Satz genommen, hast gesagt, ja, das ist ja dumm, die CDU regiert doch gar nicht mehr und so, und hast dir nur diesen einen Satz rausgegriffen, während es ja, also, ne, klar ist, dass wir die Schuldenbremse ohne die CDU gar nicht loswerden können, weil wir eine Zweivrittelmehrheit dafür brauchen und man merkt einfach die ganze Zeit, es geht dir nur darum, gegen mich zu gehen, so, es geht dir gar nicht darum, zuzuhören oder einen Punkt zu analysieren oder zu gucken, ob man vielleicht in irgendeinem Argument auch recht haben könnte, sondern es geht dir einfach nur darum, ah, das ist der Nitan, der gehört zu denen, also muss ich den jetzt irgendwie platt machen. also so, wie wir uns kennengelernt haben in Andersrum. Ne, also ich hätte es cool gefunden, wenn Agitator auch dabei gewesen wäre, der hatte mich vorher nämlich irgendwann mal gefragt, wann denn immer Mixed Talk ist und wie man da reinkommt. Ja, hätte ich witzig gefunden, du kannst da natürlich auch gerne hin. Also wo wir am Thema Mixed Talk sind, das ist ja auch eigentlich, würdest du sagen, das ist irgendwie eine Woke oder linksidentitäre Sendung oder zumindest geprägt davon? Ja, also die holen ja jeden da rein, der sich da meldet. Wirklich? Wirklich jeden? Ja, weiß nicht, ob es vielleicht irgendwelche Nazis gibt, die sie jetzt kennen und dann nicht reinlassen. Aber dich lassen sie auch rein und du hast ja tierisch drüber aufgeregt, dass die mich reinholen. Dieser Nitan mit seinen 50 Zuschauern. Ne, 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 du hast hingesagt, dieser Nitan mit seinen 50, Zuschauern, wieso Plattformen die denn da und geben dem da Reichweite von 4.000 Leuten so? Wieso pushen die den so? Und hast du dich drüber aufgeregt? Ja, also pushen, ja, also nicht, dass du überhaupt dabei sein darfst. Ich habe mich da ein bisschen gewundert, ich bin, ich habe mich, ich habe mehrmals schon versucht, da reinzukommen. Zweimal haben sie mich reingelassen. Ich weiß auch von anderen Leuten, die es versucht haben und die nicht rein durften, teilweise mit der Begründung, ne, du warst ja schon einmal da oder zweimal und dann sagt man, nee, nee, das ist ja schon so oft und dann sehe ich halt dich und Dara und Harkon, die sehe ich da ja regelmäßig. Ihr seid da ja wirklich fast jede Folge zu Gast. Ich war jetzt dreimal da. Dreimal jetzt, okay. so ein paar andere aus, es gibt da glaube ich schon ein paar Leute, die waren auch schon fünf, sechs Mal da und das ist ein bisschen, ein bisschen seltsam, dass manche Leute sehr oft da sein dürfen, dann auch da irgendwie eine Stunde oder so drin bleiben, während andere Leute selten reinkommen. Aber das ist nun mal so. Guck mal, beim letzten Mixed Talk durfte ich zwei Redebeiträge machen und dann wurde ich wieder rausgeworfen. Ja, ich war glaube ich jedes Mal ungefähr so 10, 15 Minuten da, ne? Ja, das weiß man ja, dass das passieren kann. Manchmal lassen sie Leute eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde drin, manchmal sagt man einen Satz und dann wird wieder der nächste reingeholt. Das ist aber random. Das ist eigentlich, finde ich, auch wieder ein gutes Schaubild, warum ich ein bisschen ein Problem mit Walkies habe, weil da die Themenauswahl und die Gästeauswahl doch sehr stark in eine Richtung geht. Wieso das denn? Jetzt zum Beispiel bei dem Ampel-Ding hatten die CDU eine CDUlerin da sitzen, die ich übrigens dazu gebracht habe, zuzugeben, dass Friedrich Merz einfach nur ein dummer Ideologe ist. Und... Nun würde ich ihn nicht nennen, ich würde eher sagen skrupellos. Ja, das auch. Und der Wolken, der ja jetzt auch jetzt nicht unbedingt einer der linkesten ist, die man so finden kann. Ja, für SPD vielleicht schon, aber... Ja, aber es ist doch nicht, also wo ist das jetzt irgendwie krass vogue oder irgendwas. Das ist eine konservative CDUlerin und Dimo Wolken, der so sehr moderater linksliberaler ist. Na, aber sonst geht es halt oft um Themen wie Hogwarts Legacy und um Gendern und sowas und andere wichtige linke Kernthemen. Ich glaube, du siehst da einfach Gespenster, du willst einfach überall dieses Vogue-Gespenst sehen. Vielleicht ist das jetzt auch Gaslighting, oder? Vielleicht sehe ich die ja wirklich, weil die da sind und du sagst, ja, du bist ein Verrückter und du siehst sie nur irgendwo. Es wäre ja schön, wenn die Themen öfter überall vorkommen würden, aber so, ich sehe es halt einfach nicht. Du bist halt da drin in diesem Game und du suchst dir das immer raus, du suchst auch explizit danach und findest das dann auch immer und redest dann darüber die ganze Zeit. Während das ja, wenn man sich das anguckt, wie gesagt, so im Mainstream im Öffentlich-Rechtlichen werden die Themen so gut wie gar nicht besprochen, so gut wie gar nicht und in Funk auch nur am Rande. Und du tust so, als wäre das überall. Du tust so, es wäre das überall. Es ist schon eher bei jüngeren Formaten, also bei Lanz und so nicht, das kommt schon eher bei jüngeren Sachen. Bei Böhmermann ist es ja auch inzwischen so, das sind diese ganzen Sendungen. Aber guck mal, Böhmermann ist eine Sendung im Mainstream-Öffentlich-Rechtlichen, die wirklich, das ist die linkeste Sendung, die du da finden kannst. Wieso gehst du dagegen? Naja. Also Böhmermann ist linker als die Anstalt. Ja, ich würde sagen, ungefähr vergleichbar. Ja, ja, kann man schon sagen. Gut, das ist jetzt deine Meinung. Ja, woran machst du das fest, dass du, ich meine, also Böhmermann halte ich in erster Linie für einen Karrieristen, der auch, wenn sich der Wind dreht, auch andere Sachen moderieren würde, wie Ernst er das selber meint. Ja, weiß ich nicht, viel ist ja auch die Redaktion und mit Böhmermann habe ich ja eh ein Problem. Ich habe auch kürzlich ein Video zu dem gemacht. Aber ist doch scheißegal, wie er es meint, solange der, solange in der Sendung, krassen guten linken Shit macht und nach vorne bringt und diese Themen behandelt. Ja, manchmal zwischendurch schon. Ich habe auch manche Sendungen gemacht, er macht auch ganz viel zur Armut, aber er macht auch ganz viel zur Armut zum Beispiel, wo es dann um Vertreibung von wohnungslosen Menschen geht, wo es um Benachteiligungen von wohnungslosen Menschen geht, wo es dann um, ne, so macht er auch ganz viel zu. Und dann hin und wieder meine Folge, wo irgendeine junge Doktorantin fertig gemacht wird, die dann wahrscheinlich bis an ihr Lebensende darauf reduziert wird und von Leuten deswegen irgendwie... Ja, Marie-Louise Vollbrich ist aber auch selber schuld, weil sie nicht aufhört, transfeindlichen Unsinn zu verbreiten. Okay, selber schuld dann einfach. Ja, wenn sie nicht aufhört damit, obwohl sie die ganzen Gegenargumente kennt und weiß, dass das Unsinn ist, was sie erzählt, dann muss sie auch damit leben, dass sie Gegenwind bekommt. Also, dass eine Biologin und dann kommt... Fischelektikerin. Die kümmert sich um Fische. Was hat die mit... Was hat die mit... Was hat die für eine Kompetenz, was trans Menschen angeht in der Biologie? Ich glaube, sie macht nicht nur was mit Fischen. Also, sie ist auch generell Biologin und beschäftigt sich mit verschiedenen Bereichen der Biologie und in manchen Bereichen ist sie vielleicht ein bisschen mehr drin als in anderen oder forscht da ein bisschen mehr. Aber... Also, ich würde hier nicht absprechen, Biologin zu sein. Ich auch nicht, aber die kümmert sich eben um Fische und nicht um Menschen. Dann muss man auch dann, wenn man so wissenschaftsnah ist, wie du immer nur tust, dann muss man, dann muss man auch auf die Themen gehen, also muss man sich auch die Leute raussuchen, die dann in dem jeweiligen Fachbereich auch Kompetenzen haben. Aber die hat das dann verdient, dass halt so ein reicher, reichweitenstarker, weißer Zissmann im Fernsehen sitzt und sie aburteilt und sie als Biologin, die ja wirklich in dieser Pyramide von Marginalisierung eigentlich in allen Punkten unter ihm steht, dass die dann öffentlich auf der Mattscheibe gezeigt wird, dass die teilweise körperlich angegriffen wurde, dass sie irgendwelche Drohungen bekommt, dass Leute ihr nachlaufen und irgendwie schauen, wo sie ist oder sie heimlich fotografieren oder sowas. Das hat sie dann alles verdient. Du solltest, was das angeht, glaube ich, sehr zurückhaltend sein, weil du bei dem Shuyoka-Mobbing halt auch fröhlich mitgemacht hast. Aber das beantwortet ja die Frage nicht. Natürlich finde ich das nie gut, wenn Leute körperlich angegriffen werden. Aber das ist ja, wenn... Aber muss Böhmermann da nicht seine Reichweitenverantwortung wahren oder beachten und dann sagen, na warte mal, die eine Frau, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, lass mal nicht auf die gehen. Und also auch beim Shuyoka-Mobbing, die hat halt öffentlich über mich geredet und irgendeine Scheiße erzählt. Warum soll ich da nicht antworten? Ich habe doch sogar ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, hört mal auf damit. Jetzt langsam ist irgendwie ein bisschen viel. Ja, aber gleichzeitig machst du halt wirklich ekelhaften Content über sie. Welchen denn? Naja, so dass du sie sexualisierst und dass du sie beschimpfst und... Wo habe ich sie sexualisiert? Naja, du redest dann da über ihre Brüste und sagst dann, Leute, ihr dürft nicht über ihre Brüste reden und gehst dann mit so einem roten Punkt und gehst dann mit so einem roten Punkt, ich weiß, woher das kommt, Kircho und so weiter, gehst dann mit so einem roten Punkt über ihre Brüste drüber und so weiter und so fort. Das ist wirklich wahr. Du sagst, die hat sie einen geilen Arsch und so weiter und zeigst irgendwelche Bilder und so und das machst du. Natürlich. Das war alles in dem einen VOD drin, wie gesagt. Ach, das war das VOD, was du geguckt hast, da, wo man dann Shuyokas Arsch sieht, das, was du angeklickt hast. Nö, das geht nicht darum, dass man den sieht, sondern dass du das rausstellst, ist, dass du diese körperliche, dass du die ganze Zeit sagst, hier, und dann fährst du mit so einem roten Punkt über die Brüste drüber und so weiter und du sagst, das war ein Gag, weil ich mich da über Kölscher lustig gemacht habe. Du sagst dann solche Sachen, wie, ich sehe da eine Verrückte, die sich immer weiter in die Scheiße reitet und für mich das großartige ist Entertainment und du sagst so, das ist eine bekloppte Mid-20igerin, die erzählt Leuten, wie man Dinge zu tun hat, machst dann in so einer hohen Piepsstimme irgendwelche Positionierungen nach, die du ihr unterstellst. so und du sagst irgendwie, Tränen auf den Schwanz ist ein zu salziges Gleitgel, weil das trocknet alles aus und so weiter und so ein Scheiß halt. Ich habe KuchenTV berichtigt, der hat diese Gleitgel nochmal gemacht und ich habe gesagt, das wäre ziemlich dumm, Tränen als Gleitgel zu benutzen, ja. Ja, aber du siehst schon, dass das irgendwie ein bisschen Scheiße rüberkommt und dass das vielleicht auch ein bisschen sexistisch ist. Wenn man das so zitiert, dann kommt das Scheiße rüber. Dass das sehr sexistisch ist und dass du die da einfach, ne, so. Wenn man den Kontext gesehen hätte, du stellst dich hin, du stellst dich hin bei einem Baba Bartonek, bei einem Baba Bartonek stellst du dich hin, der ein Video gemacht hat, wo er Sinan aufzeigen wollte, dass man einfach nicht jeden Scheiß kritisieren darf und da stellst du dich hin und sagst, das ist sexuelle Belästigung, wenn der über Nippel redet in einem gescripteten Ding und dann sagst du, dann sagst du, dann sagst du, das ist sexuelle Belästigung, während du mit so einem roten Punkt über Chiokas Brüste drüber fährst und sagst, ha ha ha, guck mal, ihr dürft nicht über ihre Brüste reden. So merkst du nicht, dass das irgendwie komplett daneben ist? Also Bartonek hat ein gescriptetes Video gemacht, mit einer, also er hat auch Musik eingeblendet, das ist auch ein 90-minütiges Stück gewesen, das wollen wir ja alles nicht vergessen und Sinan hat ja selber auch in einem Video was gesagt, was ihm nicht gepasst hat, deswegen kann er ein reales Bild von seiner Mutter einblenden, die nicht zugestimmt hat, die nicht in der Öffentlichkeit ist, was er irgendwo gefunden hat und wo er dann sagt, nee, das hat er nicht irgendwo gefunden, sondern auf Sinans Woches Instagram account. Da kann man das ja machen, ne? So, es ist nicht irgendwo gefunden, das ist auch mal das, was du immer machst und du versuchst Dinge immer so halt startzustellen und nein, natürlich ist das verwerflich und natürlich ist das moralisch verwerflich und das sagt ja auch, Baba Bartonek sagt ja auch, dass das moralisch verwerflich ist, das zu tun, sich da über die Nippel lustig zu machen. Das ist echt der Wiener Jan Böhmermann, wie er da mit dem Türken dieses Schmähgedicht gemacht hat, das ist schon cool. Ja, das ist moralisch verwerflich und gleichzeitig gehst du aber bei Shuyoka hin und findest das vollkommen in Ordnung, sowas zu machen und dann eben nicht gescriptet, um irgendetwas aufzuzeigen oder so. Ich habe bei Shuyoka ja nicht irgendein Gedicht vorgetragen, wie geil ich ihre Brüste finde, sondern ich habe mich über Kirchow lustig gemacht, dass ich gesagt habe, oh, guck mal hier, wir müssen jetzt hier einen roten Punkt anbringen, weil der das halt... Nein, 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 Kirchow hast du überhaupt nicht erwähnt in dem Moment. Du hast einfach... Da werden nur einen roten Punkt auf Shuyoka machst dann weiß, da geht er... Du hast so keckig zu deinem Publikum gesagt, redet nicht über ihre Brüste und bist dann mit dem Punkt die ganze Zeit über ihre Brüste gefahren. So, was ist denn los? Ich kann jetzt den Clips sehen, aber... So, und dann zeigst du irgendwelche Clips und sagst, hier sieht man ihren Arsch und hier sieht man ihre Titten und keine Ahnung. Ach, das weiß ich. Ja, und das machst du die ganze Zeit. So, und du sagst dann irgendwie, wenn du sagst dann so ein Dara, wenn Dara sich hinstellt und sich für Shuyoka positioniert und dann sagst du dann so, ach, Dara ist auch so einer, der einfach nur Shuyoka ficken will und solche Sachen sagst du dann. Habe ich das nicht Dave vorgeworfen? Dara auch? Ja, Dara auch. Das ist eine komplette Objektifizierung, die du da machst. Verstehst du das nicht? Und das ist genau das Gleiche, was du dann Baba Bartonek vorwürfst. Ja, nee. Du machst es aber auch unironisch. Du machst es aber auch unironisch. Darf ich antworten? Ohne irgendwas aufzeigen zu wollen. Ich habe bei, also die Clips von ihr, wo man Brüste und Arsch sieht, das bezog sich darauf, dass ich ihr vorgeworfen habe, dass ihre eigene Community so drauf ist, dass sie immer einen erzählt von wegen, da sind ekelhafte Mobber im Internet und ich mache aber Community-Treffen und das sind alles so tolle, süße Leute. Und dann habe ich gesagt, ey, bei ihren meistgesehenen Clips, guck mal, was da geklippt wird. Nicht, dass sie irgendwie eine tolle Gamerin ist, sondern dass man da irgendwas wie ein bisschen Haut sehen kann oder so und dass das ja wahrscheinlich ein Großteil ihrer Zuschauer ist, die sowas klippt. Ja, was für ein Unsinn. Also, tu mir leid, aber was für ein Unsinn. Das sind Leute, die sich in Reddit-Voren verabreden und die dann diese Links teilen und deswegen haben diese Clips so viele Klicks. Das ist doch nicht ihre Community. Aber sie kann die laschen. Also vor allen Dingen, das dann so darzustellen, als wäre das ihre... Man kann als Creator die Clips auf dem eigenen Kanal auch wieder rausnehmen. Das dann so darzustellen, als wäre das ihre Community, also als hätte sie eine Community aus Leuten, die sie einfach nur als Sexobjekt sehen, ist ja dann noch ein Level an Ekelhaftigkeit, was du dann noch mit zusätzlich reinbringst. Das ist ein Teil ihrer Community, glaube ich. Nein, das sind irgendwelche ekelhaften Wichser, die sich auf Reddit verabreden und die auf Reddit irgendwelche Links teilen. die nicht auch da reinfolgen zum Teil oder da regelmäßig zugucken. Ja, das mag ja sein, aber das ist nicht ihre Community. Sie hat eine sehr angenehme Community. Ja, dann sind die Leute, die du aus meiner Zuschauerschaft nicht magst, auch nicht meine Community. Also, die Mods sind da einfach sehr aktiv und Leute, die einfach so Optifizierung und sowas in den Chat reinschreiben, die sind da direkt weg. Das ist ja auch richtig so. Okay. Du machst halt solche Dinge und dann ist ja klar, dass dann Leute hingehen und sagen, ja, den Imt, das sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt gucken. Das ist halt immer ein bisschen doof, wenn du jetzt eine Zusammenfassung vorträgst von Teilen aus irgendeinem VOD mit deiner Konnotation drauf und dann das als quasi Fakten hinstellst und sagst, hier, das hast du gemacht. Du bist über ihre Früste. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich weiß, worauf du dich beziehst, aber ich sehe das immer wieder, dass nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Leuten so eine Zusammenfassung kommt, was man angeblich gemacht hat und manchmal hat man dann so eine grobe Vermutung, was gemeint werden könnte, aber es ist doch gerne auch mal so formuliert, dass es ein bisschen übler klingt als das, was dann wirklich drin war. Also, wie gesagt, das VOD ist, glaube ich, das vom 6. Dezember. Kannst du dir wieder angucken, um sich selber ein Bild zu machen. Okay, aber wenn ich jetzt gucke, was Shuyokas Topclips sind und mir dann auffällt, guck mal, das sind ja alles welche, wo man Brüste oder Arsch sieht und ich da irgendeinen Kommentar zu mache, ist das auf einem Level wie die Leute, die auf Reddit oder so irgendwelche Texte schreiben? Nein, das ist nicht auf einem Level, aber du gehst trotzdem hin. Aber wenn du es so zusammenfasst, dann klingt es halt so. Nein, du gehst, das ist nicht auf einem Level, sondern du gehst halt hin, du spielst diese Clips ab, machst dir an den richtigen Stellen Pause und zeigst, ah, hier sieht man ihren Arsch und so und hier wird sie so dargestellt und guck mal, wie sie hier aussieht und so weiter und so fort und tust so, als hätte sie eine Community aus Leuten, die sie nur als Sexobjekt sehen und das ist ja eklbar. Ich bin halt aber auch ein Schauspieler, ich habe ein bisschen South Park gemacht, einfach. War jetzt eine Anspielung, weiß nicht, ob du die verstanden hast. Ja, also diese Debatte über man darf alles, das war ja Sinans Punkt, Sinan hat gesagt, man darf sich über alles lustig machen, alles war sein Punkt und das, was Baba Bartonek aufzeigen wollte, nein, kann man nicht und Sinan sieht das in Wirklichkeit auch nicht so. Vielleicht war das ein bisschen überspitzt, vielleicht hat Sinan nicht gemeint, du kannst exakt genau alles machen, es gibt ja auch diesen Spruch, man kann über alles Witze machen, aber nicht mit jedem. der hat das schon so gemeint, der hat sogar diese Idiotentreff-Geschichte, die... Aber warum weißt du denn mehr, was er gemeint hat, als er selber? Naja, also tut mir leid, aber dann ist er wirklich ein beschissener Sender, wenn er das anders meint. Also kann natürlich sein, ich kann ja nicht in seinen Kopf reingucken, aber dann ist er, wie er das verbreitet und wie er das darstellt, halt sehr, sehr schlecht gemacht und dass man es eben nicht so verstehen... Also kann man, wenn er sich hinstellt und die Idiotentreff, diese Witze aus der Idiotentreff-Gruppe in seinem YouTube-Video sich anguckt und sagt, die sind aber auch ein paar sehr witzige dabei gewesen, wenn das ja einfach nur eine Nazi-Chat-Gruppe gewesen ist und die dann in seinem Stream zeigt und ha, guck mal hier, der ist in seinem YouTube-Video zeigt und sagt, ach, guck mal hier, voll lustig und so. Ja, dann ist das ja so... Natürlich möchte er nach außen hin vertreten, man soll sich über alles lustig machen und alles lustig finden können. Auch Witze aus Nazi-Chat-Gruppen und ich kann auch AfD-Wähler mit Holocaust-Opfern vergleichen und so weiter und so fort. Alles cool. Aber sobald es gegen ihn geht, ist er sehr, sehr dünnhäutig. Und das ist das, was aufgezeigt werden sollte. Ich meine, bist du ja auch, du sagst, wenn Karl den Hurensohn nennt, dann bist du gleich auf der Barrikade und sagst, das geht aber gar nicht. Ist ja auch was anderes. Ne, wieso ist das was anderes? Ich finde das sehr viel harmloser als NS-Vergleiche zu machen. Ja, wenn du es NS-Vergleich nennst, ich glaube, er selber könnte das ein bisschen besser erklären, aber er ist jetzt gerade nicht hier. Ich schicke dir das nachher, dann kannst du dir angucken. Kannst du machen. Also dieses von wegen austeilen und selber dann nicht einstecken wollen, das ist ja auch ein Punkt, den ich bei eurer Bubble halt auch sehr stark oft kritisiert habe und generell an Woken ist. Das kann man wahrscheinlich jedem irgendwie zuspielen, aber die die Intensität ist ja nicht genau die gleiche. Also auch bei bei Sinans, man kann Witze machen. Der meinte ja schon bewusst, du kannst Witze zum Beispiel machen über Personen des öffentlichen Lebens oder du kannst privat alle Witze machen. wenn du ihm so ein Skript gezeigt hättest, wo du sagst, hier ist eine real existierende Frau, ob er jetzt mit der verwandt ist oder nicht, es spielt ja keine Rolle, aber wenn du den einfach, wenn du die Personen rausgeklammert hättest und du hättest gesagt, ein Typ blendet von wem anders die real existierende Mutter, die sonst nicht in der Öffentlichkeit steht, als Bild ein und redet darüber, wie geil die ist und wie gerne die bumsen will und über ihre Nippel und so, wird er wahrscheinlich sagen, okay, das ist schon eher scheiße, macht man eigentlich nicht. Du weißt schon, dass Shuyoka auch eine real existierende Frau ist, oder? Gut, Shuyoka ist, erstmal ist sie eine Person des öffentlichen Lebens und zweitens haben wir ja jetzt auch alle nicht gesagt, okay, wenn man irgendwelche sexualisierten Kommentare über sie macht, ist das eine geile Sache, weil da habe ich selber auch schon, ich habe auch schon Videos geguckt, wo sie vorkam, MDR und so und ich finde diese Frau teilweise bekloppt und sie sagt Sachen, die ich auch nicht teile oder bescheuert finde, aber wenn sie darüber redet, dass Leute im Internet Bilder von ihr rumschicken und sagen, wie geil sie sind, sie ist, das finde ich auch nicht gut, habe ich auch schon öffentlich gesagt, so. Ja, das weiß ich, dass du das sagst, aber du machst dann gleichzeitig aber auch, schlägst du dann in eine ähnliche Kerbe, natürlich nicht auf diesem Level, so, aber du gehst trotzdem in die Richtung, du objektifizierst sie, tust du, als wäre sie ein Sexobjekt für ihre Community und so weiter und so fort und du bist dann auch ultra, nicht für mich, du bist dann, du bist dann, ja, aber das ist doch, das ist ja, eine miese Unterstellung, das stimmt ja auch einfach nicht. Wenn ich denen unterstelle, dass sie sie sexualisieren, warum sexualisiere ich sie denn dann damit? Naja, weil du so tust, dass sie als Frau im Internet unterwegs ist und in der Community nur deswegen hat, weil sie als Sexobjekt erhalten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass Dave sie die ganze Zeit so white knighted, weil er geil auf sie ist, dann greife ich damit doch Dave an und nicht Shuyoka. Doch, du tust das vielleicht gar nicht so, aber ich glaube schon, also Dave legt sich glaube ich nicht nur mit den ganzen Shuyoka-Hatern an, weil es ihm um die Sache geht, sondern da ist glaube ich schon mal ein bisschen mehr Intention dahinter. Das machst du halt bei Männern nicht, sondern immer nur bei Frauen beziehungsweise bei Shuyoka dann eben, dass du dann halt hingehst und alles was die sagen und was denen passiert und den Diskurs und alles auf diese Objektifizierung längst. Ich glaube bei euch männlichen Streamern halt auch nicht, dass es so viele Leute gibt, die euch bumsen wollen. Ja, das kann sein so, aber ich meine letzten Endes ist es immer so sehr auffällig, dass du dann da einfach hingehst und das tust und das so Frames, das wäre, als wäre sie einfach in ihrer Internet-Existenz und das ist ja was, auch was von Rechten sehr häufig propagiert ist, propagiert wird, dass einfach jemand, der eine Frau, die im Internet erfolgreich ist, das nur ist wegen ihrer äußerlichen Merkmale und dann spricht man ihr einfach ab, dass sie eine gute Content-Kreatorin ist, die die stabilen Shit macht und einfach auch sehr entertaining ist, wenn sie Gaming macht und so weiter und so fort. Ja, Geschmacksart. Und man tut dann so, als wäre das alles nur da wegen ihrer Äußerlichkeit und das ist ja ekelhaft und falsch. Aber oft ist es das halt leider, bei Männern auch. Ja, es gibt so Hot-Tabs, es gibt so Hot-Tabs-Streams und erfolgreich aufgrund ihrer Äußerlichkeit. Ja, es gibt so Hot-Tabs-Streams und keine Ahnung was alles, da würde ich ja dann auch zum guten Teil bei dir mitgehen, aber doch nicht bei einer Schuyukka, die wirklich ziemlich auch entertaining Content macht und einfach eine interessante Persönlichkeit ist. Ja, ist das okay? Du kannst die gerne interessant und entertaining finden, also es gibt auch bei Männern Ich rede jetzt gar nicht von mir, ich sage so, ich glaube Schuyukka mag mich jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt so und ich rede gar nicht von mir so, sondern einfach, ich kann mir gut vorstellen, ich gucke sie auch kaum, so gut wie gar nicht und behandle sie eigentlich auch so gut wie gar nicht in meinem Stream, aber ich, das was ich gesehen habe, da sage ich, das kann Leuten gefallen, das kann Leute unterhalten und das können die Leute gerne gucken. Ja, es können auch Leuten, es kann auch Leuten Knossi gefallen, aber ich finde sie trotzdem nicht cool. Ja, es gibt aber auch endlos viele arschlangweilige Leute auf Twitch. Ja. Und da gehört Schuyukka nicht dazu. Das ist Geschmackssache. Ja, das kann man schon manchmal objektiv sehen. Wieso? Also ich finde die langweilig an sich, außer wenn die Gaming macht, gucke ich das nicht. Ich gucke die halt, wenn die über mich reden. Ja, ich gucke es halt auch nicht, aber ich sehe das und sehe, dass da ein Unterhaltungswert drin ist, obwohl es für mich nicht super unterhaltend ist und sage, das kann Leuten sehr, sehr gut gefallen und das können Leute sehen, ohne in irgendeiner Weise sie als Sexobjekt zu sehen. Das ist ja... Ja, aber das kannst du ja über jeden sagen. Also jeder Streamer kann ja für irgendwen... Nein, es geht nicht darum, das über jeden zu sagen, sondern es geht darum, was du sagst und wie du Dinge framest und wie du sie siehst und hinstellst und darstellst. Ja, aber ich finde die langweilig und du halt nicht. Das ist ja okay, du kannst ja sagen, ich finde die langweilig, aber das ist ja nicht das, was du machst, sondern du gehst ja halt hin und objektifizierst sie. Naja, nee, ich habe den Zuschauern vorgeworfen, dass die sie objektifizieren. Nein, du tust so, als würden die alle nur dazugucken deswegen. Nee, nicht alle. Und du machst es halt, und wie gesagt, du gehst halt auch selber hin. Aber manche schon, glaube ich. Und mit dem roten Punkt und so weiter und du machst das ja selber auch. Ich habe das mit dem roten Punkt gemacht, um mich über Kirchow lustig zu machen, ja. Naja, das hast du früher mal gemacht. Also wo du das jetzt in dem Video, die gemacht hast, hast du Kirchow nicht mit einem Wort erwähnt. Ich weiß, ich kenne natürlich die, ich kenne natürlich die, ich kenne natürlich die Referenz, aber wenn du sagst, wenn du auf so keckig angelehnt sagst, Leute, redet nicht über ihre Brüste und gleichzeitig mit dem roten Punkt über ihre Brüste fährst und dann so auf keckig sagst, mach das bitte nicht über ihre Brüste reden, so, dann ist das halt objektifizierend sexistische Scheiße. Ich glaube, ich habe mit dem roten Punkt den Ausschnitt verdeckt und dann gesagt, Leute, nicht dahin gucken oder sowas, ne. Hier, ich verdecke es für euch, irgendwie sowas, ne. Ne, du hast gesagt, da sollte man nicht drüber reden. Okay. Aber machen wir das dann die ganze Zeit? Hm? Warum machen wir das dann die ganze Zeit? Wer macht das die ganze Zeit? Wir reden da ja die ganze Zeit drüber. Ja, ich rede darüber, weil du genau bei diesem Mist mitmachst und genau bei diesem Ganzen sich draufsetzt und versuchst damit zu profitieren, sich draufsetzt auf so einen Kuchen-TV und auf einen Monto und keine Ahnung und Skrulls und wie sie alle heißen, die da mitgemacht haben bei diesem Mobbing und du versuchst dann halt auch ein bisschen Cloud abzugreifen. Du weißt doch selber, wenn du... Aber du weißt doch selber, wenn du... Einzelperson draufgehen und damit nicht lockerlassen und auch öffentlich sagen, es geht ihnen einfach nur darum, damit ordentlich Kohle zu verdienen, dann ist das Mobbing. Was denn das sonst? Ja, du weißt ja schon, wie es angefangen hat, ne. Also ich kannte sie, glaube ich, auch lange vom Namen. Man hat sie mir mal vor Ewigkeit, hat man mir mal ein VOD von ihr geschickt, weil sie da wohl über Say geredet hat, ohne seinen Namen zu sagen und schwere Vorwürfe gegen ihn vorgebracht hat. Aber weil der Name nicht dabei war, ist dann, glaube ich, nichts draus geworden. Aber da hat mir das jemand geschickt und meinte, hier ist... Guck mal, diese Streamerin, die redet doch über Stay, den du auch irgendwie nicht so gut leiden kannst. Okay, also wenn wir... Dann habe ich sie ewig lange nicht mitbekommen und jetzt kam sie ja wieder, wegen dieser Nummer, wie sie an Skurros diese Anschuldigungen gebracht hat, bezüglich der Gamescom. Ja. Ja. Ja, und jetzt? Ist es rechtfertigt, dass diese ganze Scheiße wieder nach passiert ist? Das habe ich ihr nicht gesagt. Ja, aber warum machst du denn da mit dabei? Ich habe mir sie auch lange nicht angeguckt. Also ich habe die mir wirklich auch erst angeguckt, als über mich geredet wurde, glaube ich. Oder kurz vorher mal irgendwie was von... Also sie steht in mehreren von deinen Streamtiteln drin. Du weißt ja auch selber, wenn du die reinschreibst, hast du direkt doppelte Zuschauerzahlen. Habe ich dann irgendwann später gemerkt. Ja, ich habe... Also... Ich habe... Ich habe... Manchmal hatte ich Videos von der geguckt oder wo die dabei war, weil sie halt auch dieses... Ja, wie gesagt, groß ging es ja los, mit Hogwarts Legacy war eine Nummer. Dann war Gamerin des Jahres. Da kannte ich auch einen Konkurrenten von ihr über eine Ecke, der nicht gewonnen hat beim Gamerpreis, obwohl er eine Weltmeisterschaft in einem Videospiel gewonnen hat, wo ich schon sagen würde, okay, ist schon ein guter Gamer. Sonst... Ja, was war danach? Ist vegan rechts, habe ich gelesen, mit einem Veganer gemeinsam. Und wir sind das ein bisschen durchgegangen. Ja, so da war sie dann Thema. Aber ich habe dann ja jetzt auch... Aber du weißt schon, dass dieser Gamingpreis gar nicht jetzt darauf ausgelegt ist, einfach den krassesten Gamer zu warden, oder? Ja, klingt halt so, wenn du sagst... Nö, da muss man ja einfach nur in die Beschreibung des Preises reingucken. Es geht halt darum, dass man da auch Werte transportiert und dass man einfach ein unterhaltsames Programm macht. Ja, aber das ist doch Schwachsinn. Das ist die... Aber ey, das... Wie kannst du sagen, dass das Schwachsinn ist, wenn die Leute, die den Preis verleihen, das so definieren und sagen... Ja, dann sind die Schulter an, aber es ist doch dumm. Den Preis sollte eine Person kriegen, die vernünftige Werte vertritt und nach außen vertritt und unterhaltsames Gaming-Content auf Twitch macht und dann einfach Schuyoka da sehr gut reinpasst und ihr dann den Preis geben. Dann musst du den Leuten noch überlassen, wie sie ihren Preis definieren wollen. Es gibt ohne Ende Preise und Pokale und Schalen für Leute, die einfach 16 Stunden am Tag in ihrem Zimmer sitzen und ihre Unterhose durchschwitzen und nicht auf Klo gehen, weil sie fürs nächste Turnier trainieren wollen und dann einfach irgendeinen Titel abgreifen und dann kriegen sie Pokale und keine Ahnung was alles. Aber das ist nicht der Sinn von diesem Gaming-Preis. Und das ist ja einfach... Und da wurde dann einfach das so gedreht, als wäre das der Sinn dieses Gaming-Preises und ist dann einfach die ganze Zeit hingegangen und gesagt, das hat sie nicht verdient. Was ja Unsinn ist. Also da wurde teilweise auch die Preisverleihung kritisiert, weil man einfach sagt, das ist halt ein unsinniger Preis. Das ist halt genauso Schwachsinn, wie wenn RTL den Comedy-Preis vergibt und dann zehnmal in Folge Mario Barth gewinnt. Also das ist halt einfach... Preisverleihungen funktionieren ja oft so, dass man einfach entweder irgendeinen Prominenten, der sich bereit erklärt, eine Rede zu halten, den zuschustert oder dass man irgendwen aus dem eigenen Haus nimmt, irgendwen, den man selber sympathisch findet. Da wurde teilweise am Anfang ja noch die Preisverleihung an sich kritisiert. Das hat sich dann halt alles immer mehr hochgeschaukelt. Also sie hat ja auch Leuten vorgeschrieben, ob sie bestimmte Videospiele spielen dürfen oder hat gesagt, was die Betroffenen und die Community haben wollen und wenn dann Leute sagen, ich bin aus der Community, ich sehe das anders und dann kommt sie ein von denen, das ist so wie Women for Trump und du bist Teil des Problems und sowas. Also sie hat sich halt in vielen Punkten sehr unbeliebt gemacht bei vielen Leuten und wenn sie dann dafür halt auch öfter mal was abbekommt, dann liegt das ja nicht nur an den Leuten, die ihr was tun. Also sie schüttelt ja wirklich am Ohrfeigenbaum quasi, was das Mobbing angeht. Also diese Hogwarts-Legacy-Geschichte ist halt auch eine Sache, wo man einfach versucht hat, Solidarität für Transmenschen ein bisschen herzustellen und darauf aufmerksam zu machen und so. Ja, hat das gut funktioniert? Ja, hat ziemlich gut funktioniert, weil jetzt sehr, sehr viele Menschen, die vorher keine Ahnung hatten von Transrechten durch diese Hogwarts-Legacy-Debatte jetzt... Welche Rechte denn? Dass man sie einfach in Ruhe lassen sollte und dass Transfrauen Frauen sind und Transmänner Männer sind und man nicht hingehen sollte und da irgendwie dran rum... Ne, dass man sagen sollte, ja, ist das überhaupt nicht? Vagina, so eine Neovagina und so weiter und so fort. Sondern dass man sie einfach in fucking Ruhe lassen sollte. Transmenschen wollen einfach... Also ich kenne das Thema, wie gesagt, hauptsächlich Frauen. Transmenschen wollen einfach nur existieren und in Ruhe gelassen werden und das kriegen ganz, ganz viele Menschen nicht hin. Und das wollte man mit diesem Boykott sichtbar machen und das ist geglückt, weil jetzt ganz viele Menschen mehr als vorher darüber einiges wissen. Und von daher ist das schon eine ganz gute Geschichte gewesen. Es ging nie darum, dass jetzt tatsächlich niemand mehr dieses Spiel kauft. Das ist ja albern, das anzunehmen. Ja, das haben einige Leute gesagt, aber das ist halt albern, weil die Frau ja eh schon wahnsinnig reich ist. Ja, darum ging es nicht. Du versuchst dann auch immer so Dinge so extra falsch zu verstehen. Genau wie bei kultureller Aneignung. Bei kultureller Aneignung geht es nicht darum, dass... Hab ich extra falsch verstanden. Ja, du tust dann so, als ging es darum, dass irgendwie Weiße keine Dreads tragen dürften. Darum geht es überhaupt nicht. Nee, darum geht es nicht. Warum haben das denn dann irgendwie alle so verstanden? Ist es meine Schuld, oder wie? Ja, die Leute, die in deiner Bubble haben das wahrscheinlich so verstanden. Aber bei kultureller... Also pass auf, bei kultureller Aneignung geht es darum, dass man die Kultur, die hinter bestimmten Dingen steckt, dann auch respektiert und wertschätzt. Und das hat diese Musikerin bei Fridays for Future nicht getan. Fridays for Future hat sie im Nachhinein dafür entschuldigt und alle haben eingesehen, dass das eine dumme Aktion gewesen ist. Ah, okay. Also, auch wenn du so tust, das wäre das nicht passiert. Aber, ähm, so, wenn zum Beispiel ein Helge Schneider sich bei Maischberger hinsetzt und sagt, äh, es interessiert mich nicht, was die Wurzeln des Jazz sind, ich finde, Musik ist einfach Musik. So, und er einfach sagt, die ganze Black History dahinter juckt mich nicht. Dann ist das kulturelle Aneignung. Hat er so gesagt. Ja. So, weil, wenn, wenn du... Du hast mir neulich noch ein GIF von dem geschickt. Also, da kannst du... Ja, ich bin auch großer Helge Schneider-Fan, aber der erinnert ja nichts daran, dass er vielleicht auch mal was Dummes sagen kann. Warum bestimmst du denn, was dumm ist? Ja, ich bin auch